hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800 heute werden wir das Theater bauen oder das äh wie heißt das ja? Varieté, da steht's doch und ah genau zerstört ja da haben wir hier noch mal noch was bauen wir gerade? ja es dauert sechs minuten so noch sechs minuten da brauchen wir wir brauchen einige zeit um darüber zu kommen das ist ein bisschen doof wir haben auch nur nur ein Schiff oder? wir haben jetzt ein aber das ist ja gar kein der hat ja gar keine Kanonen äh ok warte mal Items Handelskammer, Rathaus, Handelskammer ach nur ok ähm gut dann versuche ich nochmal mit einem Schiff die beiden zu zerstören so gut und währenddessen bauen wir mal ein eine Handelskammer ähm Produktivität und Unterhaltskosten ha also Unterhaltskosten plus 50% ist halt auch nicht so geil und dann noch die ähm die Unterhaltskosten plus 30% ja naja so geil ist das auch nicht ähm was was ist denn das was wir am meisten brauchen? ähm das bleibt gleich das geht runter Wurst geht jetzt auch runter Glas geht hoch Glas geht runter hmmm num 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 wir könnten könnten warte 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 Handelskammer wenn wir hier hingehen dann pushen wir ähm die Dosen ähm die Dosen und äh bisschen das Bier wir könnten hier ist es auch besser dann können wir das Rad äh das äh ähm die Lagerhalle nach da verschieben und dann haben wir hier komplett komplett oder wir machen die Handelskammer zu den noch mal drüber schauen zu den Stahldingern vielleicht auch ein überlegen diese Zufriedenheit sie haben uns etwas voraus Seeschlacht wieso ähm Schiff unter Beschuss natürlich am Ende sind sie unser wichtigster Leser auch die alte Dame ist Verlass natürlich wissen sie was das Beste ist sie haben an Einfluss verloren ok besser wegen Kovolgan da hier neue Ziele so dann schauen wir mal vielleicht werden wir dieses Mal nicht äh unterbrochen Schiff unter Beschuss Feuer frei ist aber ok die sind selbstbestimmt Scheiße jetzt verliere ich das auch wieder haltet sie auf Kurs ah man ja sie drehen ab wunderbar oh nein Kurs gesetzt nein warte 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 ähm dachtest du du hättest uns im Sack äh ja für 17.000 nur an die Segel und Brassen das heißt ähm mein Chef überlebt oh shit ah dass die so stark sind warte mal ähm ich brauche jetzt auf jeden Fall ne Hafenmeisterei die kann ich hier dran bauen und die bekommt jetzt ähm Heilung das ist gut super gut hm Kanonen ich brauche auf jeden Fall nochmal danach uh ich kann schon ein Linienschiff machen da brauche ich noch ein bisschen mehr mehr Kanonen Kanonen sind gerade Schiff vom Stapel gelaufen super du machst jetzt ähm ne Winter ist kommen ich weiß wie lustig so du machst ähm ah ok also hier habe ich schon setz die Segel das ist dann äh schon da oder? die beiden ja aber die machen ja auch Schaden oder? Schone haben auch Damage ne ne ok alles bereit ja dann bleibt er noch da 30 30 und 15 das dauert 12 Minuten die bekomme ich sowieso nicht mehr hin schade schade am am Anfang hatte ich am Anfang hatte ich äh drei ne zwei zwei Kanonenboote und dann wurde ich ja von einen Seiten da angegriffen auch von den Piraten das war doof da hätte ich da schon ne ähm die die ähm die ähm nam 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 ne den Waffenstöcher heute habe ich den hier ne so ja heil den Erhabenen der Weltenteilten bitte was ja genau warte 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 jetzt äh muss ich immer noch schauen was ich am besten hochpusche äh Bier ist ja gar nicht da Bier ist ja überhaupt nicht da fehlen die Rohstoffe ok es ist entschieden ähm Handelskammer plupp so die pushen jetzt auf ah cool Großküche das heißt die Kürzen jetzt äh nur noch Minus 8 cool ähm man 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 sollte vielleicht ähm das Kleingedruckte lesen das wäre ganz gut warte dann muss ich den da wieder raus tun äh äh wie kann ich den wie kann ich den also wir kann es denn jetzt mehr aber die produzieren jetzt mehr ne Tanongieserei Stahlwerke ähm ähm dann gucke ich den dann fast hin da da aber hier bekomme ich nur die Freierlichkeiten sind beendet die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert so jetzt habe ich alles sehr gut und jetzt äh ist es auch sehr hoch gepusht ich bin erfüllt von Dankbarkeit so so super dann muss ich jetzt schauen so gibt es auch aber bereit für den Einsatz und dann gehen ganz langsam hoch du hast zu viele skruppeln ja sorry aber mei hast du was für mich vielleicht sind sie die kälte weich der wärme okay was hast du für mich ein Foto machen ja sehr gerne ähm das ist auch noch schönes Foto oder ne das ist kein so schönes Foto ah naja das ist alles nicht na egal eine Seele fein wie Jade super das war easy ähm ich will aber ähm wie wärs mit es ist nur ein kleiner gefallen ja wahrscheinlich wieder Gleitenschutz ja auf ihren Befehl gespeichert so so hä hä wir geben unser Bestes wie sind wir irgendwie äh wir gehen Kipper sind unterwegs sollte das nicht machen hä ich hab noch ne Fregatte ich hab zwei Fregatten Schaden am Schiff Schaden am Schiff Na toll dann hätte ich es ja erschaffen können dann warte ich auf äh den noch 28 28 äh noch ein bisschen brauche ich gut äh was mache ich als nächstes was brauchen die also die die brauchen jetzt noch eine Nähmaschine dafür brauche ich auch Stahl wie sieht es denn gerade aus mit der Produktion von Stahl und Kohle Kohle ist äh ziemlich low was ich mich nicht tun ich habe schon mal ich habe schon mal noch ein paar ne Anja die 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 Aber wieso ist das einfach völlig verabschiedet, Umweltverschmutzung? Dann brauche ich ja ein bisschen mehr Kultur, ne? Die Waffenruhe wurde beendet. Wollen wir hier auf? Äh, nee. So, eine so. Ja, da muss ich eine ganz normale Straße machen. Und da mache ich auch eine Steinstraße und... Habt ihr was Kleines? Ne, haben die auch nicht. Sie kommen ganz leicht davon. Die Waffenruhe wurde beendet. Gott erwartet Befehle. So, zuerst kommt aber der da. Der Pflicht entrinnt man nicht. Halte die Augen offen. Jawohl, das tue ich. So. Ähm, hier wollte ich noch weitermachen. Aber wie? Romantische Plane. Ja, die sind alle so kurz. Ah! Spielstand gespeichert. Ähm. Ehm. Nee, das sieht alles doof aus. Ach, ja, Gott. So. So, genau. Bier. Bier. Bier ist nämlich nicht ganz so optimal. Wir werden beobachtet. Warte. Warte, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Der kostet... Äh. 30 Sekunden. Eine Minute. So, eigentlich müsste der... so weit weg gehen. Ah, weil der so weit weg ist. Okay, das macht Sinn. Warte, dann ähm. Warte. Ähm. Die können wir ja auch wieder anhalten. Also gut, Jungs, ran an die Arbeit. Wieder hoch pushen, weil das können wir ja dann ja einfach verkaufen. So. Und, was ich überall jetzt vernachlässigt habe, ist... Ähm. Feuerwehr. Beim anderen, äh, let's play. Also, nee. Nicht let's play, sondern beim anderen. Ähm. Spiel von mir. Ähm. Ja. Wurde hier alles, äh. Ja, ist alles verbrannt. Oder sind fünf ähm. Häuser oder eben Produktionsstätten verbrannt. Ähm. Einfach so, weil, weil ich da vergessen habe, ähm. Eine Feuerwehr zu... zu bauen. Das ist ein bisschen ein Ding. So. Ich denke, das... das reicht. Ich denke, das... das reicht. So. Ich denke, das... das reicht. quotas. Ähm. Ähm. Der will jetzt auch noch was. Wahrscheinlich, eine Fregatte... Ah, ja. Da unten vor allen Dingen. Eine Fregatte zerstören. Und dann... Das äh, den Gegenstand dann hoch tun, ne? Gut. Äh. Wir planen jetzt schon mal, warte mal, Handwerker. Ähm, Frage ist, ob die jetzt auch nochmal, äh, nee, cool, die macht keine, keine Luftverschmutzung, das ist gut, weil die brauchen, die brauchen auch einen Hochofen, und Hochofen ist gerade, weil das geht, Hochofen ist gut. Aber die, die können auch woanders hin, die müssen nicht da bei der Produktion sein. Hm, hier wird ja sowieso später ein bisschen schmorder sein, deswegen mache ich hier mal ein Lagerhaus. Ah, perfekt. Spielstand gespeichert. Eine halbe Minute brauchen die. Aber ich mache erstmal, äh, ich mache, ich gebe denen erstmal kein, äh, keine, ähm, Mähmaschine, weil ich, ich muss ja erstmal produzieren, ne. So, hier können wir auch jetzt mal schneller sein. So, ich könnte die eigentlich auch nochmal mehr auskleiden, hier. Steine haben wir ja gerade genug. Sehr schön. Hier ist auch, also ausge... ähm, also... Das ist eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten. So... Jetzt noch hier. Sehr schön. Hm, gefällt mir. Jetzt, äh, noch hier irgendwas. So paar Räume. Also, eh. Schon. Schon was schönes. Hm. Ich mache einfach wieder so was von der Hecke hier. So. Hm, ja. So. So. Und hier. Und hier. So. Das ist halt jetzt, äh, die Frage, wo ich, äh, irgendwas Schönes hinbauen kann. Weil, ähm, weil der, der Zoo wird dann auch... Wo kommt der, der Zoo? Wo ist das? Polizeiwache. Ich würde sagen, den Zoo mache ich hier hin. Würde ich sagen, hier hin? Oder lieber da hin? Ja. Okay. So. Ich würde sagen, hier hin und, äh, die Häuser reiße ich dann ab. Damit es schöner aussieht. Gut. Wie sieht das aus? Mit, äh, Produktion 5. So, äh, wie lange braucht ihr denn noch? Noch ein bisschen. Noch ein wenig. Und du? Bist auch gleich fertig. Zwei Minuten noch. Schnaps geht. Wie die Schuld. So, Fregatte zerstören hier unten. Dann, äh, fahre ich mal, schon mal Richtung... Fregotte. Genau. Uns geht das Material aus. Das ist ja wirklich... Warte mal. Warte mal. Ah, die brauchen doch eine Minute. Ja, die... Hier, ich brauche noch... Ich brauche noch... Ich brauche noch zwei. Ich bin zu froh. Natürlich reicht das nicht aus. Natürlich reicht das nicht aus. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind schon wieder bei 30, äh, Minuten. Ich werde es immer eigentlich bei 20, äh, stoppen. Ja, aber ich vergesse immer nicht. Das schafft Arno... ...wie kein anderes Spiel. Gut. 20 Glas... Ah, Glas... Da muss ich Glas nochmal hochpushen. Ja, vor allem, weil ich da Glas auch falsch gemacht habe. Die Waffenruhe wurde beendet. Ah, ne. Das... Das stimmt schon, ja. Okay, aber dafür brauche ich nochmal 100, 100. Äh, dann brauche ich noch einige. Hm. Ah, dann muss ich ja noch größer werden. Das gefällt mir nicht. Schiff vom Stapel gelaufen. In die Takellage. Jammer. Dann gehst du... ...mit denen. Stillgestanden! Der Admiral! Richtung hier. Gut. Dann würde ich sagen, danke für die Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und es regnet. Bei blauen Himmel. Mehr oder weniger. Naja, auf jeden Fall, ähm... Ja. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende noch. Und... Ja, genießt die Freizeit. Bye! Nach? 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 Untertitelung des ZDF, 2020